hallo und herzlich willkommen hier zurück bei minecraft infinity so wir haben angefangen der letzten folge die steuerung zu machen hier für unsere für unsere plantage die steuerung oben reinzubauen und da machen wir jetzt direkt weiter und ich habe eine idee bekommen wie wir das am besten machen und dafür brauche ich unsere säge unsere säge brauche ich und dann brauchen wir fabrikblocks die mal mit und dann möchte ich noch carpenter machen wir das so hebel des zimmermanns genau und da machen wir uns 123456 stück weil das siebte habe ich ja da und dann machen wir das jetzt fertig ich muss mir die hose machen wieder ein natürlich machen wir die nach hat noch schnell so ok jetzt gehen wir mal schön da hoch nehmen die mal wieder mit ok jetzt gucken wir mal dass man hier die sechs stück hinbekommen für uns allerdings so 123456 perfekt so dann unsere laboratory blogs sagt nicht hier den schüssel nicht dabei ich habe den schüssel nicht dabei abwärts müssen wir noch größer machen ganz dünner wetter jetzt kommt doch dahin auch schüssel schüssel und was man es auch noch recht machen da man schluss das stimmt doch was nicht ich glaube ich weiß wo das ist da die man aber dazu muss ich aber ja ausladen ich glaube ich weiß wo das alles ist an meiner komischen baustelle geht aber auch mal kurz ein abstecher dann seht ihr das wo ich da war zwar hier ist auch die hose wir wissen es nicht so genau dazu muss ich aber als nachtsichtgerät einschalten ja dahin habe ich auch ein brotpunkt die kann ich dann eigentlich auch alle mal löschen das war so ein durcheinander gestern ist es war nicht mehr schön ich habe da oben nämlich eine kiste stehen da ist aber auch nicht drin na super ist das alles weg naja wir machen uns sollten neuen schüssel ja du kommst mit naja da verliert ich auch noch egal baumau und zeigt neuen schloss das nächste mal wenn ich so was sagen wir machen wir das gemeinsam dass ihr mal seht auch was da zu tun ist das machen wir wieder aus hier einen schlossel ein stock einen naja warte mal und ein diamant okay schild kann ich das beschriften ich weiß es nicht 12 ok und mal und ich wollte da auch wegen der ich habe da nämlich noch was gesehen was ich äußerst genial fand weil man lampe hier die ja in vertierte lampe orange lampe hellgraue wenn man das bau was fehlt da war weißer farbstoff weißer farbstoff weißer farbstoff weißer farbstoff weißer farbstoff warte mal war doch knochen die dummer zurück hier und du gehst mal ins system so nein ich möchte eine weiße machen wir uns mal so viel da machen wir uns mal zwei stück und da können wir uns auch mal welche machen okay dann habe ich ja jetzt alles wir haben schüsseln wir haben die säge ok deswegen mal kurz gucken laufen gerade alle gucken wie das aussieht schön machen wir mal kurz diese freund hier fertig da werden wir uns auf jeden fall noch ein paar machen von ja perfekt gut das mal kurz dazu jetzt brauchen wir uns an schüssel und zwar da wollen mal die hier umbauen warum ist mit diesen hier warum nicht so und dichter säge machen das müsste reichen warten gucken wir mal wie das aussieht dann bleibt hier säge und zwar einmal hier hin und einmal hier hin ok und jetzt machen wir hier vorne die hier hin einmal zweimal und jetzt machen wir folgendes und jetzt machen wir folgendes einmal zweimal und zweimal und zweimal wieso verbindest du dich jetzt das wirklich nicht muss gucken ob das ein problem darstellt mal kurz ein probehebel daran machen ok wie jetzt hat da die zwei draus machen schande wieso macht sie das jetzt muss ich doch eins ich dachte man muss das mit dem zeug da nicht kann ich das da ändern war man mit meinem schraubenschlüssel ok wir müssen doch wir müssen doch ein dazwischen lassen nein ok dann müssen wir einen dazwischen lassen ein abstand das ist ja doof ok 1 2 3 4 5 6 7 ok das war jetzt so nicht geplant ok egal die hier die hier einmal und zweimal ich habe eigentlich gehofft die verbinden sich nicht miteinander anscheinend doch aber das funktioniert doch aber das funktioniert ok einmal zwei mal drei mal vier mal fünf mal sechs mal habe ich nur sechs stück gemacht so und dann müssen wir hier dann auch noch beschriften soll zwei war ja die baum fahren die baum fahren oder mal zweite hand drei waren die karotten 1 2 3 3 waren die karotten fertig dann war vier weizen ich hasse es weizen dann das hier war kartoffel und das war zuckerhüben zuckerhüben ok du bist die 2 du bist die 3 du bist die 4 5 6 7 8 und da fällt mir ja ein gut wir müssen eh nochmal zurück dann machen wir mal das hier so schnell wir brauchen noch einen carpenter block und wir werden das platz beurte haben wir ja an den biodiesel generator werden wir noch anschließen so wenn das so ist ist alles an machen wir mal alles aus hier so ne du bist die 1 so jetzt müsste unten eigentlich alles aus sein aber das aber das ok die sind alle ausgeschaltet sehr schön ok jetzt machen wir mal folgen dass wir machen hier auch noch die fernsteuerung hin für den biodiesel generator dann kümmerte nämlich von oben aufsteuern und hier kommt eine andere steuerung hin und das ist aber eine andere folge so also noch ein receiver und ein empfänger receiver 1 ok noch ein receiver wo ist es denn jetzt hin wieder ja wir brauchen da aber noch was fehlt da ja 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 redstone und close don Mann fehlt achte grüne neune okay das heißt planänderung da können das jetzt nicht fertig machen ich habe kein close down mehr wir müssen close down und wie viel habe ich hier drin 37 level aber dich auch mal da rein dann machen wir einen kurzen abstecher in den nähter und werden jetzt da aber uns komplett aufladen und holen uns ein bisschen close down ja gut das macht man nicht mehr kommen die kleine natur die machen mal das werden die richtige hand nehmen magnet anschalten und dann ab durch die mitte close down brauchen wir ihr seid ja ein paar lustige persönchen hier da oben ist wohl monstern hier daneben das müsste genügend ich bin portal da ist unsere pümpel wir sind da oben lang okay dann haben wir auch noch ein bisschen close down gold perfekt perfekter abschluss für diese folge mal schauen ob es heute abend lang ich kann es noch nicht versprechen ich werde dann diese fernsteuerung fertig machen und wir sehen dann auf jeden fall uns in der nächsten folge wieder hier bei minecraft infinity also bis dann